Die Feuerwehr Neuhausen wurde 17.57 Uhr zu einem Verkehrsunfall 2 alarmiert. Wir befinden uns hier zwischen Neuhausen und Wolfschluggen auf der Landstraße. Beim Eintreffen des ersten Fahrzeuges war folgende Situation anzutreffen. Man ging von einem schweren Auffahrunfall aus mit zwei beteiligten PKWs. Insgesamt in den zwei PKWs waren fünf Personen insassig, davon waren zwei Kinder. Zudem war in einem Fahrzeug ein Hund und in einem anderen Fahrzeug eine Katze vor Ort. Ein KDW von Rettungsdienst war schon eingetroffen, hat die Erstversorgung unternommen. Unsere Aufgabe war es in erster Linie Unterstützung bei der verletzten Versorgung, Brandschutz sicherstellen, auslaufende Flüssigkeiten binden und später dann den Eintreffen Rettungshubschrauber dementsprechend ausleuchten, die Landfläche ausleuchten. Feuerwehr Neuhausen war mit 32 Kräften und fünf Fahrzeugen im Einsatz. Wir befinden uns hier auf der Landstraße zwischen Wolfschluggen und Neuhausen auf den Filtern. Die Alarmierung war ein schwerer Verkehrsunfall mit fünf verletzten Personen. Hier vor Ort stellte sich die Lage so dar, dass zwei PKWs aufeinander aufgefahren sind. Geschwindigkeit um die 60 kmh. In einem PKW mit zwei Personen besetzt plus ein Hund. Im weiteren zweiten auffahrenden PKW ein Vater mit zwei Kindern. Wir hatten hier fünf verletzte Personen vor Ort. Aufgrund der Kinetik ist man von den schwer verletzten Patienten ausgegangen, die alle in Kliniken verbracht wurden. Hier vor Ort waren Rettungshubschrauber zusätzlich angefordert und im Einsatz, der einfach einen Patienten aus dem Landkreis geflogen hat, um die Kapazitäten hier im Landkreis nicht zu überlasten. Hier vor Ort waren zwei Notärzte, vier Rettungswagen, der Hubschrauber, der leitende Notarzt.